Willst du möchtest einen Toast? Ja, weil ich da eine Fleischkasse habe. Nein, ich weiß es nicht. Ach, gib mir doch eine Fleischkasse. Ach so, kein Problem. Nein, die haben alle schon hergerichtet. Ja, super. Nein, nein, nein zu machen. Einstelliger Fahrer. Ja, eben, ja. Ein Galt, ein Gastronomie. Ja, ein Gastronomie. Nicht zu viel, zack, aber zu oft gemacht. Hoppla, zu oft gemacht. Schmeckt sehr gut. Ich würde gerne so einen Schienenkursforst geben. Ja.